mal gucken ist das hau du bist link Prozent ich komme hier nur zu besuchen wer bist du wie du hast noch nie von mir gehört ich war im Wolkenhaus als Modelfähig jetzt will ich das amtierende Modell Pika aus dem Atemlager ich bin ihr Vater zu viel Information für dich ach ja die jungen Leute von heute diese ist mein kleines Geheimers Refugium in dem ich meine Schwertkunst trainiere einst war ich bekannt als das Model vom Wolkenhort ist klar doch durch die ganzen Stress und meine Tochter habe ich ein paar Pfunde zugelegt deshalb trainiere ich täglich hier Bombus zu schneiden hält nämlich wunderbar fit klar warum nicht was war also dann los warte einen Moment ich glaube ich habe etwas vergessen richtig ich weiß jetzt weiß ich es wieder was oh Gott du musst einfach nur diesen Bambus in kleine Stücke schneiden wollen wir sehen wie viel du schaffst bevor der Bombus umfällt je mehr Stücke schneiden umso höher ist die Chance auf einen tollen Preis ist los geht's ich habe im Moment genug also gut war ein bisschen hier okay das steht aber da bin ich gut 2 1 ich kann nicht siebenmal super okay was kriege ich für siebenmal durchatmen du hast mir nur siebenmal geteilt was kriege ich okay okay was ist wenn das so das soll doch schon mal etwas längeres Schwert haben okay kein längeres Schwert das heißt wir hm so ein Scheiß ich probiere das noch einmal äh schneiden vielleicht nicht ganz so wild machen so hin und her okay elfmal naja ich glaube mehr kriege ich gar nicht hin so ich ah elfmal geteilt also das eigene Rekord gestorben Glückwunsch naja ich hätte dann muss noch blaaa ja ist ja gut ich besorge mir ein besseres Schwert irgendwann krieg ich bestimmt eins ja ist ja gut ich komm wieder und dann knüpple ich dir dein Gesicht mit dem Bambus kaputt vielleicht mal gucken mal schauen wie das wird jetzt wollen wir aber endlich zurück oder halt ich habe mich noch nicht genau umgeguckt ist hier noch irgendwas auf der Insel eine inaktive Truhe die noch nicht geöffnet werden kann sehr gut ähm dann wollen wir zurück und dann würde ich Schluss machen für heute hm obwohl wenn ich jetzt Schluss mache habe ich wieder so eine blöde kurze Folge aber ich weiß nicht wann der nächste Speicherpunkt kommt hmmm 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 ich hoffe es da was ich mache noch ein paar Minuten ein paar Minuten gehen noch ein paar Minuten gehen noch so gewicht um die dom das ist ein ganzes dorf von denen warum auch immer hier die kundisse versteckt sind ja ist klar so du kriegst jetzt erstmal wieder was von mats ich bin ein kleiner kiefer ich werde dich fressen die kriegen voll die aggro dabei aber es ist auch voll die panik wenn die meinen käfer sehen oh gott da einmal wo ist der kommst du wohl darum runter du blödes mistvieh so kriegst du dich dann nicht runter aber so blödes misting nur rupin fallen lassen so aber da ist ja noch ein eingang den möchte ich lieber so 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 haben wir denn hier einen höhleneingang geh ich da rein geh ich da nicht rein geh ich da nicht rein geh da rein er war zu also will ich da rein das ist wahrscheinlich sowieso nur optional was ist das ja was bist du denn für einer ich sehe ich sehe dieses erste besuch bei mir danke dass du hier vorbei schaust mein name ist chipolni es freut mich sehr deine bekanntschaft zu machen ich habe hier aus aufsicht über die risiko robin jagd du kannst so lange nach robin graben wie du äh bist du auf eine bombe stehst möchtest du nein bitte ja äh brauche ich gerade nicht nicht wirklich so ich will lieber noch ein bisschen hier was machen zum Beispiel sind die typen nicht da ich will eigentlich noch bis zur nächsten speicher statt und dann ist feierabend für heute eh da beeile ich mich ein bisschen für im auch herzen ups ah bin ich so froh dass die das hier vereinfacht haben oh der boah stürzt dich in deinen tod mir egal obwohl von denen könnte ich glimmer kriegen ah verdammt gut Kodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodok um ist natürlich gemein ich muss den einen den haben sie jetzt selbst umgebrezelt sehr gut so dass ich bis der hier links gebrauchen hat und andere nicht und damit ich hier hochkomme hi du pf oh yeah der tempel sie müssen es hier vergraben haben aber ich finde nix bist du sicher dass es hier war feri und was suchen wir eigentlich den schlüssel den schlüssel das war ja klar ein schlüssel zu diesem tor zerbrochen und die einzelteile versteckt und eines von diesen verteilen muss hier vergraben sein hast du sie seltsam aus den menschen mit den blonden haaren gesehen der hier entlang oh ja bestimmt haben sie etwas wichtiges versteckt und der mensch war bestimmt teil des unglaublichen plans ich wittere schätze ja aber was machen wir mit diesen einzelteilen des schlüssel wir öffnen damit das tor und reißen uns daran sämtliche schätze unter den nagel aber können wir uns nicht einfach hineingraben äh du bist ganz schön schlau und tschüss gebieter ich habe dir etwas zu berichten ich konnte aus dem gespräch mit mukmao eine wichtige information herausfiltern äh sie haben erwähnt die seltsame stelle zelda sehr wohl gebieter die wahrscheinlichkeit dass es sich um zelda handelte beträgt 90 prozent die wahrscheinlichkeit dass die seltsame frage münday schlüsse sowie Wir sehen uns beim nächsten Mal.